So, heute ist es soweit, heute ist es soweit, eine neue Waffe, das gerade Drachenschwert, mit dem wir sehr viel mehr Damage verteilen, als diesen Gottverlasse Boss besiegen werden. Schönen guten Tag! So, ja, das, das, das habe ich auch gestern nicht geschützt. Rolle, Schlag. Ich sollte es in zwei Hände nehmen, okay. Fängt gut an. Das, äh, okay, das, äh, das ist der First Try, okay? Das ist, äh, der First Try. Heute, ja, okay, äh, geh weg. Warum sind da meine Seelen, hä? Warum sind da verlorene Seelen? Achso, die sind extern voneinander. Ich habe im Bosskampf extern, äh, Seelen. Das ist ja spannend. Wusste ich gar nicht. So, nein, nicht zweimal. So, ich gehe nicht um den Rund. Boah, wie das Damage macht! Boah, was ein Damage das macht! Boah! Was ein Damage das Ding macht! Herrlich! Okay. Okay, jetzt sind es zwei. Na ja, macht doch mal eure Scheiße da. Ich nehme mal zwei Heilungen. So. Na, Feuer ein bisschen. Na, okay, ein bisschen. Das, äh, auffangen. Okay, das war ein Fehler. Na, obwohl. Na, als ob er da auch seine Richtung gewechselt hat. Das ist, das ist, Asimann. Äh, ich, ich bagiere. Na, 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 na. Ich war am Rumbacken, okay? Ich war am Rumbacken, aber, man sieht, ich habe ordentlich Schaden mit dem Ding ausgeteilt. Und das war der First Try, vor allem auch mit der Waffe. So. Jetzt schmeißen wir ihm aber jetzt immer die Brügel raus. Kannst du mal wieder singen. Dazu sage ich heute mal nichts. Ja. Rolle. Sehr gut. So. Ein Hit. Nein, 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 nein. Kein zweiten. Sehr gut. Rolle. In den Arsch rein. Bam. Weg mit dem Schwanz. Und auch den bist du zieht. Verreckt, du Mistvieh. Ja. Noch ein. Haha. Heute ist es wirklich so weit. Verreckt. In meiner Scheiße. Hat ja auch keinen Schwanz. Ich habe noch keinen Schaden genommen, du Mistvieh. Okay, 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 okay. Ich, ja, ich, ja, okay. Ich sollte mich nicht übernehmen. So. So. Und so. Ja. Verdammte Scheiße. Ja. Oh. Yes. Yes. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin. Und so wenig Schaden habe ich genommen. So. Gottverdammt nochmal. Wenig Schaden habe ich genommen. Ah. Gott, der mit. Ich bin der glücklichste Mensch im Westgade. Nicht im Osten. Ne, im Westgade. Ja. Oh, toll. Fuck. Ich habe 10.000 Seelen bekommen. So. Hi und GZ. Dankeschön. Atriel. Dankeschön. Okay. Es hat sich ausgezahlt, diese Waffe auch mit Mühen zu besorgen. Erst habe ich schon gekillt, bevor der Zweite da war. Also, er war schon da. Aber er war noch nicht in meiner Reichweite. Ich war noch nicht in seiner Reichweite. So. Prost.